So, wir sind wieder in Jubeldorf. Wir wollen jetzt zwei Pokémon fangen. Zweimal incognito. Diesen Haus hier. Da ist es doch, sag ich doch. Das da ist die Wäschestange. Und damit haben wir das Fragezeichen. Wenn es denn drin bleibt. Okay, es bleibt. Danke. Aber von... Draußen, glaube ich. Ja, genau. Da drüben konnte man nicht rauslaufen. Da oben hat es sich versteckt. Huch. Hä? Ähm. Hä? Ach so. Ich habe das Pokémon geändert. Deswegen. War gar nicht so geplant. War gar nicht so geplant.